Das Hotel Royal Mykonian Resort und Thalassus Paa liegt in Ia Beach in Mykonos. Die meisten Gäste des Hotel Royal Mykonian Resort und Thalassus Paa würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 75%. 13 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 13 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,1 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Zimmer Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,1 von 6 Sonnen. Service Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,3 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.